Willkommen zu einem Infovideo, yay, mal wieder seit langer Zeit. Das ist nämlich eine Info, die kann ich nicht einfach mal im Community-Tab so da drunter schreiben und so tun, als wenn das jeder mitbekommt. Ich werde das nochmal da reinschreiben, aber das ist sehr, sehr wichtig für mich und auch eine große Veränderung, also groß in Anführungsstrichen, für meinen Kanal. Und zwar eine Kanalveränderung mit Battles. Ich habe nämlich Battles immer unterteilt in Seasons, weil ich das cool finde. Ich finde es cool zu sehen, Season 1 ist vorbei, dann guckt man sich zweite Season an und merkt, oh, da ist Verbesserung oder, keine Ahnung, oh, da ist, äh, da ist was Neues, was Frisches. Das ist dann Season 2, so, wisst ihr, wie ich meine? Jetzt bin ich langsam dabei und das wird, oh Gott, das wird so lange dauern. Ich weiß nicht, wie lange ungefähr, aber es wird verdammt lange dauern. Die Seasons in eine Playlist zu packen. Das wird bei Rainbow zum Beispiel verdammt schwierig werden, denn ich habe Folge 1 bis 100, glaube ich, in Season 1 gepackt und dann Folge 101 bis 150, so in dem Dreh, in Season 2. Und 50 Folgen in Season 1 nochmal reinzupacken und dann Season 1 zu löschen und dann nur Rainbow Six Siege drin zu stehen zu haben, ist verdammt aufwendig, glaube ich. Ich gucke mich mal da um, ob ich das schaffe. Falls es bei Rainbow nicht klappt, dann klappt es da nicht, dann wird das weiter in Seasons unterlaufen, was ja auch nicht schlimm wäre, weil Rainbow hat ja Seasons. Jedes Jahr kommen neue Seasons raus und da passt es, wenn es dann eine Season insgesamt ist. Muss ich mal schauen, ob ich das bei Rainbow tatsächlich noch belasse, weil da macht es Sinn. Es macht natürlich auch bei Apex Legends Sinn, wenn da Season 1 steht und Season 2. Aber wenn ich jetzt daran denke, Season 1 ist in Apex Legends noch nicht mal draußen, dann ist das vielleicht sogar schon verwirrend. Also werde ich da mal gucken, dass ich da auch bei Apex Legends Season 1 Playlist dann mache. Das ist bei Battle Royale sowieso was anderes als zum Beispiel bei Battlefield 5. Bei Battlefield 5 ist das ein gutes Beispiel hier, das schöne Spiel hier, da mache ich das nicht. Denn da gibt es keine Seasons, da gibt es vielleicht Firestorm-Seasons. Aber dann könnte ich auch schreiben, Firestorm-Playlist Season 1. Dann weiß man, okay, das sind alle Folgen, die noch in der ersten Season passiert sind. Und das kann ich machen, wenn ihr das auch wollt. Aber ansonsten, so wie ich das sonst gemacht habe, zum Beispiel mit, ich habe ja sogar eine Folge Jump Force aufgenommen. Wer ist nicht kennt, das ist das Anime-Beat-em-Up von den Shonen-Jump-Machern, also von den Shonen-Jump-Charakteren. Und da habe ich auch schon Season 1 hintergeschrieben, wo ich Jump Force gar nicht spiele. Das macht also gar keinen Sinn. Deswegen wird dieses ganze Season-Ding über Bord geworfen. Und bei manchen macht es vielleicht Sinn. Bei Apex Legends zum Beispiel, da werde ich das dann auch nicht mehr in den Klammern schreiben, Season 1. Sondern in Apex Legends Battle Pass Season 1. So in der Art. Damit man weiß, okay, das sind Folgen aus der ersten Season vom Battle Pass. Da kann ich vielleicht noch die Skins vom ersten Battle Pass sehen. Und so weiter und so fort. Und ich habe noch eine große Veränderung, weil das war ja nicht alles. Ich habe mir auch, ja, ich gebe es zu, ich habe nur wieder Fortnite installiert. Aber ich habe es nicht einmal gespielt. Ich habe es nur für den Fall der Fälle, falls ich mal irgendwann wieder richtig Bock habe. Weil die Season ist jetzt echt nicht so der Brunner. Ich habe mir das mal angeguckt und ich spiele kein Fortnite mehr. Aber man weiß ja nie, vielleicht auf einmal hochwavet es ja irgendwann mal wieder Spaß. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich es wieder installiert. Für den Fall der Fälle. Denn ich mache es nicht mehr so, dass Battles jetzt im Voraus kommen. Ihr wisst eigentlich, wenn ihr auf den Tab folgende Woche geht, wisst ihr sofort, okay. An dem Tag kommt Battlefield. An dem Tag kommt Apex Legends. An dem Tag nicht. So. Heute zum Beispiel kommt kein Video außer das hier. Weil ich will vorproduzieren für nächste Woche. Ich habe nächste Woche Montag frei. Und Freitag bis Sonntag. Das heißt, Dienstag bis Donnerstag kann ich eigentlich gar nichts aufnehmen, wirklich. Gerade Dienstag nicht. Weil ich da Spätschicht habe und dann am nächsten Tag Frühschicht. Das kotzt mich jetzt schon an, aber ist egal. So, auf jeden Fall. Ja, mache ich das nicht mehr so, dass man sieht, Battlefield 5 kommt dann und dann. Und da kommt dann Apex Legends dann und dann. Sondern ich werde es komplett random einfach machen. Wann ich Bock habe auf Battlefield 5, dann nehme ich eine Battlefield 5 Folge auf. Und mache die dann irgendwann für irgendeinen Tag. Ist scheißegal für welchen Tag. In irgendeinem Tag der Woche sage ich dann, okay gut, da kommt Battlefield 5. Dann klatsche ich das dann auch in die Folgen der Woche rein. Also jeden Tag mal reinschauen. Vielleicht steht dann da schon drin, was für ein Battle kommt. Jetzt werde ich das erstmal so als Platzhalter machen. In diesen, na, Eckklammern Battle. So, mehr nicht. Obwohl ich da auch noch nicht mal weiß, ob ich das so machen werde. Aber das ist jetzt so meine Idee. Denn ich möchte nicht nur Apex und Battlefield 5 zeigen. Das ist das Ding, warum ich jetzt die Seasons wegmache. Also, ich möchte vielleicht auch mal wieder Black Ops 4 mal wieder ausprobieren. Mal gucken, ob das... Nein, eigentlich will ich es nicht ausprobieren. Ich könnte auch noch andere Sachen zeigen. Wie zum Beispiel, ja, Fortnite, wenn ich es auf Bock habe. Oder Gran Turismo Sport. Bestes Beispiel. Gran Turismo Sport. Da machen die Seasons auch gar keinen Sinn. Wisst ihr, was ich meine? Da macht das auch null Sinn. Und deswegen werde ich das da auch wegmachen. Und dann die Folgen aus der zweiten Season in die erste packen. Und dann das als gemeinsame Playlist belassen. Und vielleicht habe ich mal wieder Bock auf Gran Turismo Sport. Eine Runde, zack. Schön, vielleicht zwei Rennen fahren oder so. Denn ihr habt ja gemerkt, ich habe ja mittlerweile bei Battlefield 5 hier oben, habe ich ja jetzt das so gemacht, dass wenn eine Runde zu kurz ist, so um die zehn Minuten, dann macht das Battlefield 5 Schauen gar keinen Spaß. Battlefield 5 muss sich lohnen zu gucken. Und deswegen habe ich mir da gesagt, 35 Minuten bis sogar 40 Minuten, es sei denn, es ist eine Runde, die wirklich noch länger geht. Dann lasse ich es bei einer Runde. Ist ja logisch. Aber... Oder teile die sogar. Aber das ist halt jetzt so meine Intention, dass die Battle-Folgen auf jeden Fall ein bisschen länger werden. Das war schon bei Apex Legends. Meistens... Klar, wenn ich da einen Win holen würde mit gut Kills, dann belasse ich das bei einer Folge. Wenn ich aber sofort sterbe, ja gut, dann lösche ich das eigentlich auch meistens. Aber da versuche ich auch mal gute Sachen zu erspielen. Falls das nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Und da kann ich auch nicht auf Akkord einfach gut spielen. Mal habe ich Tage, wo ich schlecht bin, mal habe ich Tage, wo ich richtig gut bin und wo ich krassen Aim habe und sonst was. Kann alles passieren. Deswegen will ich mich da nicht mehr so festlegen mit Battles. Bei Story-Spielen ist das tatsächlich immer noch der Fall. Assassin's Creed zum Beispiel, gutes Beispiel, hat auch keine Seasons. Aber das belasse ich bei Season 1 und 2 und so weiter. Denn die Season 1 ist die Story-Season. Da kann man die Story sich anschauen, wenn man Bock hat. Ich glaube, 75 Folgen sind das oder so. Und bei Season 2, wenn die irgendwann kommt, da seht ihr dann den ganzen Nebenkram und so weiter. Da kann man das machen mit den Unterteilungen. Auch wenn es keine Seasons hat. Brawlhalla könnte ich zum Beispiel auch zeigen. Stimmt, ist auch ein Spiel, was man zeigen kann. Ja, das ist halt so meine Tension jetzt so gerade. Ich habe verdammt viele Battlespiele noch. Realm Royale könnte ich dann auch irgendwann mal wieder spielen, wenn ich sehe, okay, gut. Es leckt gerade nicht. Die Runde hat Spaß gemacht. Lade ich hoch. So, wisst ihr, wie ich meine? Und nicht einfach auf Krampf. Ja, da kommt jetzt Realm Royale am Montag. Da musst du das, da musst du gut spielen. Das bin ich nicht. Das kann ich nicht. Und das habt ihr vielleicht auch gemerkt. Es gab trotz alledem Folgen, die nicht so gut waren, weil ich mir gedacht habe, es muss was kommen. Also habe ich was hochgeladen. Und das ist scheiße. Deswegen will ich das nicht mehr machen. Und ihr werdet jetzt sehr, sehr viele andere Sachen wiedersehen. Zum Beispiel Soul Calibur 5. Äh, Soul Calibur 5, ja. Ist eine 6, aber ist egal. Soul Calibur 5 jetzt. Das könnte ich auch mal wieder spielen. Weil ich habe auch Bock auf ein Beat'em Up. Und ich, äh, Beat'em Ups sind bei mir relativ gut zu laufen. Auf dem Laufen von den Klicks her. Fand ich sehr interessant. Aber bringt ja auch fast kein Deutscher. Ja, deswegen denke ich mir da, Soul Calibur, Tekken. Äh, was habe ich denn noch? Das war es eigentlich sogar schon. Boah, an Beat'em Up to PC war es das. Soul Calibur und Tekken könnte ich auch mal wieder einfach so reinschmeißen. Wisst ihr, wie ich meine? Und, ähm, einfach überraschen lassen, was so an Battle jetzt kommt. Ich habe so viele Spiele. Ihr seid jetzt nicht mehr nur auf Apex und Battlefield beschränkt. Oder, ähm, weil es kommt in nächster Zeit kein Battle-Spiel mehr raus. Wir haben jetzt März. Es kommt Devil May Cry 5 raus. Es kommt Sekiro raus. Das war es für mich. Das ist ja auch gut so. Anfang des Monats, Ende des Monats, passt perfekt. Und im April kommt ja dann Mortal Kombat 11. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich mir da die 70 Euro für ein Beat'em Up nochmal leiste. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Bei Tekken hat es Sinn gemacht. Tekken war geil. Tekken habe ich auf Platin so. Wisst ihr, wie ich meine? Aber bei Mortal Kombat 11 sehe ich da nicht so wirklich den Anreiz, 70 Euro zu zahlen, sondern warte, bis es billiger wird. Und das wird sehr schnell billiger. Von daher, ja. Oder auch Rainbow hier. Auch geiles Beispiel. Rainbow könnte ich auch mal wieder bringen. Einfach so on the way. Aber da warte ich noch auf die neue Season, ehrlich gesagt. Das ist mir sonst nichts. Oder Trackman at Top. Ich weiß nicht, ob das so viele spielen. Trials Rising könnte ich zeigen. Hier Ultimate Chicken Horse. Sowas halt. Kann ich einfach wieder on the way. Einfach mal wieder raushauen. Uno. Auch ein gutes Beispiel. Ich habe damals, das ist auch so eine kleine Story, die ich mal erzählen kann. Damals hat Marvin mal gesagt, ich werde es dann mal wieder mit Uno aufnehmen. Ist doch mal ganz lustig. Da habe ich dann gesagt, Uno ist aber nicht im Plan drin. Ich habe im Plan, ich weiß nicht, was damals war. Ich sage jetzt einfach mal Battlefield 5 und Apex Legends. Und Uno passt da gerade nicht rein. So. Da hat er gesagt, ja okay, gut. Irgendwann hat er dann nochmal gefragt. Da habe ich dann gesagt, geht immer noch nicht. Ich will kein Uno zeigen. Und deswegen denke ich mir jetzt so im Nachhinein, wenn ich Bock habe auf Uno. Und Uno ist lustig und hat auch gut Klicks gebracht, finde ich. Da kann man auch mal Uno wieder aufnehmen und mal einfach so, wenn man Bock hat, so sagen, ja hast du Bock auf Uno? Ja komm, dann nehmen wir einfach mal auf. Und dann laden wir es einfach in irgendeinem Tag hoch. Also die Battles werden jetzt verdammt random werden. Ich weiß nicht, ob euch das gefällt. Ich werde auch nicht zu viel machen. Also nicht, dass ihr Angst habt. Das ist natürlich auch mal so ein Ding. Wenn ich jetzt Battlefield 5 zeige und ihr habt richtig Bock auf Battlefield 5 und dann kommt irgendwie zwei Wochen später wieder eine Folge. Das ist natürlich scheiße. Das weiß ich. Deswegen versuche ich da irgendwie so einen Weg zu finden, dass Spiele, die richtig gut laufen, ein bisschen öfter zu bringen. Versuche ich. Und einfach mal so eine Fly mal was anderes zu zeigen. Wie zum Beispiel Ultimate Chicken oder Uno. Oder auch mal Rocket League. Habe ich auch eigentlich wieder Bock drauf. Seht ihr? Ich hatte gestern Bock auf Rocket League, habe heute Bock auf Rocket League. Da sehe ich mich und könnte jetzt sagen, ich habe jetzt Bock, eine Runde aufzunehmen. Oder zwei oder drei. Also ich werde da ein bisschen mehr Worms. Auch ein gutes Beispiel. Habe immerhin dein Kumpel Bock gemacht. Wenn der hier wäre, ich würde jetzt einfach sagen, komm, wir nehmen jetzt Worms Battlegrounds auf oder VMD, obwohl Battlegrounds besser ist. Nehmen wir einfach auf. Hat der sonst keiner von mir. Doch, ich glaube, Jule hat Worms. Muss ich mal fragen. Auf jeden Fall werden die jetzt, wie gesagt, random werden. Die Story-Spiele bleiben so. Also Skyrim kommt auf jeden Fall ab nächste Woche. Ich freue mich auch schon drauf, mal wieder Skyrim zu spielen. Habe ich das eigentlich installiert? Ich hoffe mal schon. Ja, habe ich. Gut. Perfekt. Und ja, lasst euch überraschen. Ich überrasche mich jetzt auch selber mit dem ganzen Battle-Kram. Ich bin gespannt. Ich habe auch noch eine Idee, was ich so als Special-Formate machen kann. Nicht sowas wie Higher-Lower-Game und Love & Order, sondern vielleicht auch was mit Anthem. Denn wir, ich, Marvin und Jua sind jetzt Level 30 geworden, weil ich spiele das Spiel nicht so häufig. Aber ich habe gestern hart nochmal gesuchtet, sage ich jetzt mal. Wir sind alle drei Level 30. Und da habe ich eine Idee, was man als Format machen kann. Und da habe ich Bock drauf. Und da bin ich gespannt. Einfach mal, ja. Wie das so ankommt bei euch. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, das war es mit dem Video. Kurz und knapp. Das wird hier auch keine Werbung beinhalten, damit ihr nicht denkt, der hat wieder über zwei Minuten gefreckt. Nein, mache ich nicht. Alles gut. Gut, dann war es das. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Battles werden jetzt unregel, also nicht unregelmäßiger, aber gemischter kommen. Es wird auf jeden Fall bestimmt auch lustiger, weil wenn ich nur eine Scheißlaune habe bei Epix und ich habe gerade keinen Bock auf Epix, was jetzt nicht der Fall ist, dann macht es auch keinen Sinn aufzunehmen, wenn meine Laune im Keller ist. Wisst ihr, wie ich meine? Aber Story-Spiele bleiben. Und ich versuche die auch immer durchzuziehen. Bei Metro habe ich wirklich gefragt, weil Metro spiele ich gerade auch gar nicht mehr weiter, weil die Steuerung absolut nicht gut ist für die Konsolen. Finde ich persönlich. Muss ich mal schauen. Gut, dann sehen wir uns nächste Woche zu Skyrim, zu etlichen Battles und vielleicht sogar schon zum neuen Elf im Format. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege und ob die Leute Bock drauf haben. Aber ich glaube schon. Gut, haut rein und bis morgen zu neuen Videos. Tschüss. Alles. 78